Hey ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diesen unvergleichlichen Vormittag. Es war wunder, wunderschön bei euch in Herford. Wir wünschen euch jetzt wunderschöne Ferien und hoffen, dass ihr im Betrieb nicht mehr so lange arbeiten müsst. Behaltet uns im Herzen, wenn ihr Bock habt. Vielleicht sehen wir uns am 14.12. in Bochum. Ansonsten bleibt so, wie ihr seid, unvergleichlich. Und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Schöne Ferien.